ARD Text im Auftrag von Funk Oho Jesus Christ, Alter Warte, die töten sich selber! Oh Gott Denk's aber auch nur du Ja, da ist der Schiebe nicht, der Wolfgang Ciao! Leute! Oh, hier sind der vierte Haube! Tschüss! Ich bin noch auf dem Boden bemerkt Leute! Wieso denkst du bin ich in der Base? Hab Angst! Da liegt jemand! Oh Gott Bist du das hier, Alk? Ja, das bin ich, ja Ich bin dead auf dem Boden liegt In dem Dreck Soll ich den Hell brechen? Soll ich den Hell brechen? Ey, das sind vier Kraue, willst du mich verarschen? Klai, du bleibst draußen Okay, dann mal drück ich dich eh Null Tage überlebt Verdient Verdient Also das hier ist meins, das Graue Ich weiß, ich hol's hier nur grad die Büsche drin ab Oh, Stoff Äh, hier waren welche drin, hier steht ein Totem Jetzt nicht mehr Ja Bei mir steht hier mehr als nur eins Ich glaub... Ne, das ist ja an der Höhle, die spawnen immer neue, die Totems So Ähm, ja Eik Ich muss immer noch... Wir haben nur noch Stacke Ich muss immer noch Dynamit fahren gehen Ich auch wieder Ich gebe mir jetzt... Aber warte hier an, wir sind doch jetzt alle vollständig, oder nicht? Äh, warte mal, wo ist Melvin? Wer kriegt die Tür nicht zu? Äh, ich komm gleich Oder Gott Aber warum ist dort jemand, äh, Kyrox? Ne, ne, äh, also... Doch 1, 2 Graue Schon Ja Okay Aber... Eik, warte mal Wir sind jetzt da vollständig, ey Ich muss nicht ganz, äh... Ich helf dir Ich helf dir Ich hab Hunger Was ist denn da drin? 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 Was ist denn da drin für mich? 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 Ich baue hier mal ein Stoffelager hin Ich hab nicht mal die Axt So, du kommst jetzt ab nach Spannung Toll, ich wollte ihm den Kopf klauen Ne, das... Das ist mein... Wir freuen wie der Eik Äh, jetzt muss ich mal gucken Wo hab ich denn die Fackel hingestellt Die Signalfackel hingestellt Wo's Dynamit ist Lust am Mittag? Die sind irgendwie weg Die Signalfackeln Lust, äh, äh, hier... Mittag, so... Soll ich da drin? Soll ich da drin? Soll ich da drin? Deswegen baue ich dort immer entweder so ein, äh... Äh, hier, Dingsbumsgeräte Oder... Ähm, ein, ein, ein... Wie hieß das hier? So ein, äh, 0850 So ein kleines Lager Ja, 0850 Unter den Rock Guck mir unter den Rock Oh, ist so leer? Unter den... Soll die oder einen Rock gucken? Nein, mach ruhig Ich... 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 Brenn schon nicht Brenn Äh... Euch geht's aber irgendwie gut, ja? Jaaa... Aber ihr geht's doch gut für die Aufnahme Schönen Clickbait Wir haben Spaß Ja, ich... 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 Ich begeb mich grad auf den Weg zum Dynamit Ich brauch unbedingt welches Oh! Echt? Ich mach mit Also hier Stadtrichtung, äh, Dorfrichtung Was, lass mal so? Sehen die Typen noch draußen? Nö, die sind weg Zwei haben... äh, Tyrox und ich haben Zwei gekillt Und die anderen Zwei sind weggerannt Warte, ich seh da was Interessantes Siehst du meinen Namen, Cybert? Mittag Guck mal hier, ich seh die Maske Ich hab ihn grad noch gesehen, ja? Ja, ja, ich seh ihn Egal Oh, guck mal da... oh, oh Ich schau den Oh! Egal Egal Oh Gottchen Der ist neben dir gerade lang Oh, das Bein Oh, ich brauch wieder einen Topf Topfi, Topfi, Topf Bein du Topfi? Topf Ja, hier ist... Es sind irgendwo zwei Schlaf-Säcke Ich hab das... Ich hab das... Ich hab das Bein verloren Da sport auch immer einen Topf Äh, hä? Ach, da! Ach, hier! Ach, hier! Gut, da... Arm! Ja, gut, die... Arm! Kann ich dir noch was abfragen? So, na dann erstmal auf zum Lager Jep, ich bin... ich folge dir hier Habt ihr ein Lagerfeuer oder so? Ja, bei den zwei kleinen Kaprufgebäuden Ich steh aber mäßig in die Bahnen Wo ist das? Äh... In einem Lager Beim... äh... Wasser unten Genau In einem Lager... Nein, Ike, nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Nee! Ich muss mal ganz kurz... Einstellungen... Du machst das... Du willst eh wieder anloggen... Die... Gameplay Musik... Ich hab auch Musik an, Ike! Na ja, das hör ich aber nicht... Ich weiß... Aber schön bemerkbar machen, dass wir ankommen... Ja, klar! Hey Leute! Party! Hey Leute! Ha ha ha! Baum fällt! Hier ist ne Höhle! Ja... What? Aber die will ich nicht rein! Die können wir aber noch rein! Die können wir aber noch rein! Höhlen sind erst einmal Tabu! Ja, wenn... Aber wenn Clay da ist, dann können wir... Äh... Warte mal, hä? Hier ist das Meer! Okay... Ich... Durch die scheiß Signalfackel... Fuckt mich das ab! Das ist... Ey, wir müssen dort irgendwas hinbauen, das müssen wir es wieder finden! Jo, wir bauen einfach nur das Frustzenarer hin, ganz ehrlich! Lauf du vor! Wir haben selber vorher einmal knapp gestreift, weil da waren einfach... Mitten im Nirgendwo Totems! Ja... Und... Kriegst du das, Hungs? Kriegst du das? Ja... Wir müssen hier ganz in der Nähe sein! Siehst du was von mir zu mir? Kriegst du das? Ja... Meine Musik... Ach, wir haben es doch schon! Verriegt nichts! Ja, ich hab grad... Ich... Ihr seid gerade alle bei mir... Und stehen... Hab fast Antworten nicht! Mit welchem Server bist du? Ich regen! Ich kann... gut dass du die Nägern aufmachst, weil... Tränke kann man immer bewauern! Gut, eine trinken... Vor allem hat der Musikplayer weggepackt und ich höre immer noch Mucke an. Ist so. Ist doch toll. Mucke ist toll. Was ist denn eigentlich hier vorne mit dem Franz guckt? Das grüne, das ist meins, da kommt mein Haus hin. Dann spendier ich mal. Oh, ich muss mich rot anmalen, genau. Stimmt, ich werde mich treffen wieder auf nen Mutanten. Den würde ich dann just for fun mit zu uns nach Hause nehmen. Da muss ich jetzt echt mal die Mucke ausmachen. Warte, warte, Mucke. Dass ich das auch bei mir höre dann. Dann noch mal raus. Warte, warte, ich muss raus. Ne, 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 ne. Mein Haus ist aus. Jo, meinst jetzt auch. Ich sperrforsisch halber raus. noch eine hütte weiter oder hier ist ein laptop habe ich aber auch von oben runtergeschoben ein roter mexikaner ganz ganz komische aber wieder da glaubt die die signalfragen dass sie ein bisschen verpackt hin und so sind dass du mit einmal hinlaufen muss damit die wieder sich aktivieren ist ja du hast du lager ich höre kann die beiden etwas schluss noch ein scheiß holzstock ich hol schon warum hast denn hier nicht die totes kaputt hab schon tatsache als kannibalen rumschlagen und ja ich auch so warte mal welche farbe hat das das machen wir mal ja hier sind wir hier machen wir es kink okay bei mir war das gleiche wie bei ike was mit dieser tag-nacht-geschwindigkeit mhm das hat ja schon auf das ich höffte jetzt mit dem molotov ab das reicht warum die brennen selbst melvin ich denke das sind deine freunde nicht alle nur die mit haaren auf dem kopf ja es die regenerieren lebens also leben und ach ja nahrung und durst erstens das und zweitens ich habe habe ich sagen bekommen ich habe keine samen bekommen wir werden alle nachfolgen alle ach die gehen zu ike und so sabine oh lecker was wer geht zu mir äh ah dieser eine äh komm wir nehmen sie mit kann die wale äh ok ich bin zum Glück nicht mehr im dorf ich auch nee den Hase 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 noch einer wer ist das Jeff das hier jo ike ah das ist kletoxi wir haben für den ähm für wir können gleich wieder ein Feld anlegen ey ab nach Spandau Hase meine haha haben wir gerade uns beide das Fell zu können ja nice nimm das fleisch auch mit da ist noch ein Hase ja ja warte aber erst abziehen wenn ich den Pfeil wieder raus hab oh hatte schon angefangen als du es gesagt hattest ich hab nämlich kein bock immer die Pfeile neu zu besorgen glaub ich dann nimm der den einfach mit du jo ike warte 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 nächster Hase was noch einer ja klar uch und das ist noch eine ja da hätten wir noch eine Echse ne ja äh Echse oh da noch ein Hase oh ach ne das ist bloß ein Kopf toll tötest komm mit komm mit komm mit komm hast du ja so was hab ich wie viel hab ich denn jetzt äh ein Waschbärfell zwei Hasen ein Reh eine Echsenhaut zwei Reh äh zwei Hase und eine Echse äh ich hab noch einmal Knochenrüstung überschüssig und ich hab schon sieben Tarnrüstung ich mach mit schnell eine achte Tarnrüstung Tarnrüstung brauchen wir nicht wie viel Echsenhaut braucht man eine Echsenhaut und dann voll machen blättern bis das Zahnrad da ist jo das ist ja voll nice also du brauchst im Grunde zehn Echsenhaut äh zehn Echsenhaut für ne komplette Rüstung ich möchte auch ein Baumhaus ich hab auch klar so wo könnte ich dann hier wohnen äh ich brauch meinen Sperr wieder so ich möchte alleine wohnen äh wir gehen erstmal wieder zurück zur Base würd ich sagen ja nehm ich persönlich du hm vor allem Ike wir können gleich aus äh Hasenfell äh jo Ike äh Hütte bauen ja ich muss zielen aber warum hab ich schon zwei Hasenfell ich hab doch mehr Hasen gekillt oder gerade haben wir nur drei äh zwei gekillt du hast bei mir noch welche gekillt äh ja bei mir hast du so viele Hasenfell äh kommst du kurz? könnt ihr schlafen? was willst du? schuh scheiße scheiße was ist? Mutant oh was machen du mal kein Trinken hast? wir können definitiv nicht schlafen gehen oh schade oh Ike äh bau die Hütte mal bitte fertig damit wir hier einen Anzeigspunkt für die Hülle haben trinken? dann trinken ja du musst was trinken wenn du trinken musst das war's das war's loll ist klar noch ein stück äh noch ein stück Rüstung hm brauch ich bloß noch ich brauche auch nicht mehr viel für also hä wieso ich hab die nicht bekommen erstmal kann die Beine klatschen dann hab ich sie bekommt die nur einer oder wie? kann sein ich weiß es nicht ich komm da mit der Thematik noch nicht so ganz hinterher ich auch nicht aber wir müssten trotzdem zurück hm wird das auch von der Ferne angezeigt das Bauzeichen? äh ja ich glaub schon und wenn nicht das sehen wir doch dann wenn wir aber hier zur Hütte gehen ja wir müssen jetzt nur aufpassen oh Hase hier in die Richtung ich renne da nicht hinterher ich hab keinen Bogen ich hab keinen Bogen du kannst wenn du hinterher rennst du kannst ihn auch mit einem Sperr hitten äh äh ok 2 so hab ich ihn nicht erwischt ist mir egal komm zu dir 3 nö nur noch 2 bei mir ist auch hier steht auch noch einer der auf dich gefokust war wer war diese alte dämische behinderte Zige hier ah ich hab auch eine getötet die hat dich gefokust war so rein jetzt dämlich erstmal die Base zurück ja läuft da eine Aufnahme eigentlich ja wo ist da die Exo da hinten sind die Mutanten ja da hinten sind die Mutanten ja lecker »Danser« 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 »Nordser«